Hallo Leute mein Name ist Sozialer Inzog und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Meshawander Reaction. Heute kommt endlich Episode 9 und ich bin richtig gespannt. Ich werde vermutlich heute noch auf Episode 10 reagieren und am nächsten Tag hochladen. Dann haben wir Meshawander durch. Die letzte mit diesem kummigen Inside Outcome kommt dann erst am Sonntag. Denn zuvor kommen nämlich E.T. und War of Thetalians, die ich abschließen will, weil ja am Samstag um 17 Uhr schon die neue kommt. Also reagieren wir drauf. Ich bin gespannt wie es endet und von allem was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen. Die beiden gehört natürlich. Heute mal als Halloween, Rosalina. Ich hasse Werbungen. Von allem die, die man nicht skippen kann. Kann man die mal bitte skippen? Danke. Und das epische Intro wieder. Aber was hat das mit der Mädchen zu tun? Also das Gielanne. Sie ist ja im letzten Video kurz bevor sie eingeloggt wurde erschienen. Wollte sie was sagen? Keine Ahnung, aber wir werden vermutlich jetzt die nächsten zwei Folgen erfahren. Oder es wird ein Mysterieterung bleiben für die nächste Season. So ein Erfolg wie Meshawander hatte. Aber jetzt geht es erstmal wieder ab. Meshawander hat Team Tari gegen Morveel Comeback Verarscher. Mit Fortnite gemischt. So wass the playmaster? You're on point. Get an early pick on their flank. Then sweep him with the others. What about the boss lady? Leave her. To me. Focus on the one on the left. Ui. Teleport. 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 Mach da einen auf Overwatch. Da kommt wieder der Zelda Gegner. Der hat ein schwarzes Loch. Der sieht wirklich aus wie... Der hat den Windspank. Den brauchen sie. Also muss der auf jeden Fall K.O. gehen. Das ist wirklich eine Morveel Comeback Anspielung. Und jetzt wieder dieser Overwatch Charakter. Uh. Der dies. Die sind natürlich verwirrt, das lebe ich normalerweise nicht wirklich. Oh. Die waren auf Sonic im Shooter hier sein. Hehehe. Keb'um. Er ist da raus mit Headshot. Der muss sich ärgern. Uh. Fallschaden. und er wird weggeschlagen die meine Pech hat es raus er ist raus Theo ist aus den Spielern geschieden. Jetzt ist natürlich Teil sauer. Eiszauber können eh stark sein. Kommt aus dem Spiel an. Oh, das ist auch. Hardwalk. Wortwörtlich. Windspell? Oh, ein Kampf in der Luft. Der Fallschirm wird extrem. Ohohohoho. Das war's. Zelda-Gegner. Der Windspell gehört ihnen. Tari hat ihn. Shit, fliegt gleich der nächste raus. Und weg mit dir. Oh, yeah. Komm mal wieder auf Sonic. Und haut ihn raus. Stimmt. Oh, in die Bude brennt. Samurai ging's. Ach ja, das war er. Sorry. Der haut ab. Oh, Mann. Ich habe keine Ahnung, wie wir durch das sind. Was? Du bist großartig. Ich habe keine Ahnung, wie wir durch das sind. Ich habe keine Ahnung, wie wir durch das sind. Hey, ich habe Menschen auch. Ja, du bist, kleiner Mann. Danke, Lamar. Aber ich... Ich brauche euch alle, um mich zu retten. Das ist das eine Team, Tari. Wir schauen uns zu uns. Du wißt du, dass alle gut sind. Es gibt keine Weak-Links in MD5, Tari. Du bist hier, weil du hier bist. Never vergessen das. Okay? Danke, Marcel. Okay. Ging doch mit den Scherz. Lass mich raten, wer die war. Es war so klar, dass sie es war. Es war so klar. Ja. Anything you have to say to Tari, can wait until after that. Belle. Yeah. Eliminated. Team Wife. I understand. Geez. I don't be watching. Belle ist nicht begeistert von ihrem... Chef. Ich kann's gut verstehen. Der Typ ist ein Idiot. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber Mann. Du kannst es trotzdem nicht mehr aufpassen. Fokus auf Team. Die Mission ist noch nicht vorbei. Sind Sie bereit, um den Glitch zu machen? Wie ich immer bin. Ähm. Solange sie... Shit. Nani? Woher kommt das? Nani? Die haben einen Scherz eingebaut. Du sollst sie nicht lassen. Uh-uh. Du gehst nicht irgendwo. Dammit. Shit. Die sind immer noch so dumm. Und warum kann man die Werbung diesmal nicht überspringen? Das sind ziemlich Hans-Bohrer. Dammit, Belle. Ich will die Video sehen. Nein. Du musst mir nicht sagen, was du mehr tun musst, Martha. Du bist nicht TASCorp Team Kapitän. Wie, was? Oh, du hast nicht gesagt? Was? Du bist schade, dass sie gekommissioniert wurden? Schade? Nein. Ich stehe bei meiner Wahl. Ich wünsche dir, dass du das gleiche für mich getan hast. Wie schade dich. Ich versuchte dich aus. Ich versuchte dich aus, verdammt. Hacking Lux's privaten Server. Was hattest du dir, würde passieren? Du bist glücklich, dass du dich all das gemacht hast. Das war alles, was Lux gemacht hat. Hörst du dir selbst selbst? Wie verstehst du dich noch nicht? Lux hat Lucidia. Oh. Oh. Du bist noch nicht so dumm. Ich habe mich verloren. Du bist jetzt so dumm. Wie warst du dir? Du bist so dumm. Aber die Antwort ist auf Lux's privaten Server. Ich verwandr. Ich habe es für mein Leben auf. Du bist so dumm. Insofern. Und bist du mir da raus? Oder bist du in meinem Weg? Du bist wieder? Oh. Oh, das ist wohl ein Showdown zwischen zwei alten Rivalen. Shit! Locke hat den Vorteil, dass er stärker ist, aber Frauen sind bekanntlich in Videospielen gelenkiger. Das könnte zum Nachteil kommen bei seiner Rüstung. Das ist ein, weil er ein Schwertkämpfer ist. Und da hat er die... dieselbe Geschwindigkeit. Und jetzt passieren die ersten Moves! Ja, leistens dem Nachteil. Auch wenn er diesen gekontert hat. Es ist vorbei, Belle. Nein! Scheibe, sie hat die Weltuntergang-Move! Das muss sowas wie ein Ulti sein! Sie oder er! Johoho! Macht einen auf Genji! Overload! Oh shit! Nein! Nein! Well, what are you waiting for, Belle? You would want to disappoint Lux, would you? Die hat nicht gewartet. Die ist eiskalt! Jetzt ist die Santari selber und sie ist gefangen. Der Zauber kann nicht viel helfen. Ich will weiter wissen. Belle, do you hear me? Eliminate her! Belle! No one must just say me now. Let's talk. Ich will weiter wissen. Doch für euch ist hier jetzt Ende. Ich guck, hier geht gleich weiter. Die nächste Folge. Aber für euch ist es erst nicht morgen, die nächste Meshwana. Damit bedanke ich mich für die Zusehen. Bleibt sozial. Und bye. Ich gucke jetzt weiter. Ich gucke jetzt mal so auf jeden Fall. Ich gucke jetzt mal so auf jeden Fall. Nein! Vielen Dank.